Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Aber ich glaube, ihr habt einfach nur eingeschalten, weil wir heute mit der nackten Lori spielen. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich bin erschrocken und habe mich gewundert, warum ich an der einen Seite vom Generator nicht arbeiten kann. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich bin erschrocken. Ah, DVD. Das ist halt ein Horrorspiel, ne? So, und ich laufe halt richtig doof. Er hat mich. Hier sind keine... Ich hätte schon mal eher in irgendeinem Raum abbiegen müssen. Oh Gott. Ruhel. Ein Geister auf Midwitch. Du kannst kommen. Ich muss mich heilen lassen, direkt, weil ich habe nichts dabei. Ich dachte, wir machen mal ein bisschen Action und wir spielen die nackte Lori. Oh je. Oh je. Hier ist nicht mal ein Generator. Und kein Totem. Wow, hier oben ist gar nichts. Boah, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. Ihr seht jetzt leider meine DVD-Videos in einer schlechteren Qualität. Ich muss mal in Ruhe gucken, dass ich meine Grafikkarte wieder update, dass ich alles update. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder die richtige Qualität hin, wie wir sie gewohnt sind. Wir waren alle dort. Kann das sein? Doch. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh Mann! Da heil ich halt selber. Was ist das für eine Runde? Wir kriegen ja gar nichts geschissen. Ist irgendwo anders. Aber ich glaube, selbst Perks hätten das bisher nicht geändert. Ich spiele ja nichts mit Perks, die irgendwie Generatoren schneller machen lassen werden. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Perks dabei hätte, das hätte nicht so viel geändert. Der Weg ist runter vom Haken. Der Weg sind sie da hinten. Ja, cool Story, Bro. Also wird das nichts mit den Generatoren. Ich habe den Generatoren. Ich glaube, das sind die Treten, glaube ich. Meine, da sind Funken. Oh, ein Geist auf der Map ist halt auch echt stark. Wir können uns hier unsichtbar lautlos an dich ranpirschen. Du hörst mal sein Atmen, aber wenn du das hörst, ist es schon zu spät. Ich glaube, das ist schon zu spät. Das machen die doch mit Absicht. Das kann mir doch keiner erzählen, ey. Der Jen war so gut wie fertig. Das war so gut. Das war so gut. Das war so gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade gehört habe. Schon wieder drei Millisekunden vor Beendigung des Generators. Das ist... Wir haben ihn fertig gemacht und hier ist keine Palette. Mann! Das ist so frustrierend. Der Generator wäre schon dreimal angewiesen. Ah! 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 Oh er kommt! Ist er ernsthaft nett und will nicht tunneln? Ah! 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 Gut, dass ich das Medikit gefunden habe. Also danke, David. Ich glaube, du hast es liegen lassen, als du gestorben bist. Haha. Was? Ist das der Entengang, der Neue? Möchte nicht an das Tor. Fuck. Wir können das nicht mal mal retten. Ich hoffe, sie macht auf. Wenn nicht, mache ich auf. Wir können die Knöte nicht retten. Sie blockt das Tor. Das war so arschklar. Okay. Oh, ich dachte, der kriegt mich noch. Ich dachte, der kriegt mich noch. Es war keine Meisterleistung von mir, diese Runde. Das weiß ich. Aber ich habe ohne Perks gespielt, okay? Er hatte Barbecue tatsächlich. Ja, wir haben die nackte Lori gespielt und wir sind irgendwie rausgekommen. Also, punktetechnisch ist echt schlecht. Weiß nicht. Da kommt nichts bei rum. Aber gut, so ist das. Und vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bye, bye. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Und wir sehen uns in dem nächsten Mal.